Pabra hat ein spannendes Präparat unter dem Mikroskop, aber leider erkennt sie nicht das, was sie sehen sollte. Das Problem, die Beleuchtung ist nicht richtig eingestellt, das Mikroskop ist nicht gekölert. Ziel des Kölerns ist ein optimal ausgeleuchtetes Bild, das frei von Streulicht ist. Ich erkläre dir jetzt, wie du das Mikroskop kölerst. In nur 10 Schritten hast auch du ein optimal beleuchtetes Bild. Als erstes musst du das Mikroskop einschalten, genau da, rechts hinten an der Seite. Jetzt spannst du ein Präparat ein. Wähle ein kontrastreiches Präparat. Im dritten Schritt öffnest du die Leuchtfeldblende, so dass viel Licht von unten durchkommt. Den Schieber der Aperturblende stellst du auf PH. Im vierten Schritt drehst du die Kondenserscheibe auf BF, also auf Brightfield. Die Okulare sind beweglich, passe sie nun deinem Augenabstand an, so dass du bequem ins Mikroskop schauen kannst. Brillenträger können den Gummi nach hinten klappen. Wähle jetzt das rote Objektiv, das 4er. Lass uns mal einen Blick ins Mikroskop werfen. Da siehst du nun den Stängelquerschnitt eines Kürbisses, aber noch ziemlich unscharf. Stelle das Präparat jetzt am Grob- oder Feintrieb scharf ein. Für die weiteren Schritte des Kölons drehst du nur noch am Kondensortrieb. Im siebten Schritt schliesst du die Leuchtfeldblende. Jetzt erkennst du in der Mitte einen hellen Fleck oder ein Phi-Leg. Drehe nun so lange am Kondensortrieb am kleinen glatten Rädchen links hinten, bis die Kanten des Phi-Legs scharf sind. Befindet sich das Phi-Leg in der Mitte, dann ist alles gut. Sollte es aber nicht zentriert sein, kannst du mit Hilfe der Schraubenzieher an den Zentrierschrauben drehen und das Bild in die Mitte bringen. Es kann hilfreich sein, die Blende etwas zu öffnen, um das Phi-Leg ins Zentrum zu bringen. Im zweitletzten Schritt öffnest du die Leuchtfeldblende wieder. Allerdings nur gerade so weit, dass dein Seelfeld schön ausgeleuchtet ist. Nicht mehr und nicht weniger. Zum Schluss stellst du den Kontrast ein. Hier kannst du dir folgende Daumenregel merken. Bei farbigen Präparaten regulierst du den Kontrast über die Aperturblende. Der Kondensor bleibt immer in Stellung BF. Bei farblosen Präparaten kannst du den sogenannten Phasenkontrast verwenden. Das 4er Objektiv verfügt allerdings über keinen Phasenkontrast. Bei den anderen Objektiven stellst du die Aperturblende auf PH, auf Phasenkontrast. Beim 10er stellst du auf PH1. Und beim 40er auf PH2. Nach diesen 10 Schritten ist das Mikroskop gekölert und auch Barbara hat ein optimal ausgeleuchtetes Präparat. Stimmt's? Stimmt's? 2, 3. 2, 3. 1, 2. 2, 3. 3, 2, 3. 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6… Vielen Dank.